So, das ist unsere Ken. Das ist eine Röde und eine Weibchen. Die haben wir gerade auf die Straße getroffen und er freut sich sehr. Der reagiert gar nicht, überhaupt nicht auf andere Hunde. Er hat sich so super gefreut. Die hat er auch noch nie gesehen. Und schauen Sie mal, der ist ja mit dem Weibchen und mit dem Röden und mit den beiden gut.